so nach dem befüllen wie man schon gesagt haben ist natürlich der tank nicht mehr ganz voll wir gehen immer her und machen den tank genau halbvoll in der mitte ist er wie ein kleiner punkt und so weiß man dann auch immer ganz genau genau bis hierhin hier weiß man auch ganz genau solange das modell so wie es jetzt ganz normal abgestellt schild ist auf dem boden bei gleicher zylinderstellung sollte ich natürlich möglichst immer den gleichen ölstand haben wenn der dann deutlich abweicht dann weiß ich dass da irgendwo was undicht wäre so öl ist ölstand ist perfekt jetzt machen wir final stellen wir den druck ein sollte bei dem modell zwischen 15 und 18 bar liegen und das ganze stellen wir entsprechend bei vollgas ein so man sieht wir sind schon ganz nah dran wir gehen jetzt her und drehen den druck langsam hoch bis wir auf gut 15 bar sind das ist vollkommen ausreichend für das modell so noch ein bisschen ganzer schwank minimal aber so ist perfekt für den 15 und 20 bar und das ist der maximal druck und der wird natürlich bei voller pumpen drehzoll eingestellt danach kommen jetzt noch die feineinstellungen manometer kann jetzt wieder abgenommen werden weil der maximal druck eingestellt ist kann jetzt nichts mehr passieren und tankdeckel kann verschlossen werden jetzt kann es an die feineinstellungen des modells gehen der pumpenmischer wird eingestellt dazu gibt es ja noch ein separates video bei uns auf dem youtube-kanal und ja aber wie traurig seidig sind wir hier jetzt schon fertig